Na komm! Hey, lass los! Lass mich los! Lucky! Hilfe! Hilfe! So, ich würde mal sagen, wir fangen das heutige Experiment mit diesem Hasen hier an. Mal schauen, ob man den am besten von oben öffnen kann. Aha, ich wusste, dass du hier heimlich Süßigkeiten auspackst. Diese süßen Süßigkeiten. Ja, aber ich will diesen hier nicht essen. Und was dann? Ich möchte ein Experiment heute mit dem Hasen mal machen. Aha, Experiment? Das bedeutet also, ich kriege nichts ab? Ganz genau, das bedeutet, du kriegst nichts ab. Und was für Experiment machst du damit? Na, schau mal, ich habe hier eine Heißluftpistole und von hier kommt eine 550 Grad heiße Luft raus. Wow, das klingt ja nach richtig coolen Experimenten. Oh ja, Lucky. Das werden heute richtig heiße Experimente. Also, jetzt hole ich mal den lecker Schokohasen raus. Ich liebe einfach die Schokolade von der Marke Kinder. Ob es Schokobons sind, ob es der Kinderriegel ist. Alles schmeckt mir einfach lecker. Und dieser Hase bestimmt auch. Hehehe, meins, gib her. Hey. Na, Lucky, soll ich noch lange warten? Ja. Ohne den Hasen gibt es keine Experimente, klar? Na gut, hier, nimm den Hasen. Oh, und was ist mit seinem Ohr passiert? Keine Ahnung, es war schon so. Aha. Hier kommt jetzt ein Teller hin und da kommt der Schokohase dann drauf. Hey, wir könnten doch die Kamera ausmachen und den Hasen essen und den Abonnenten sagen wir, jemand hat ihn geklaut. Nein, lügen darf man nicht, Lucky. Ah, okay, okay. Also, los geht's, Freunde. Ziemlich cool, ich mache mal weiter. Ziemlich cool, ich mache mal weiter. Oha, oh, der arme Hase. Mann, was hast du getan, Jumanji? Komm, Lucky, sei nicht traurig. Na, komm. Hey, lass los, lass mich los. Lucky? Hilfe, Hilfe. Ich hoffe, der wird sich wieder beruhigen und dann kann er gerne die ganze Schokolade hier haben. Ah, da ist ja noch das Kinderüberraschungsei. Wir holen es mal raus und einfach die Schokolade abwischen. Und was ist da drin, ha? Na, lass uns mal schauen. Na, heute noch? Ja, ja. Aha, da ist so ein kleines Spielzeug. Ich baue es mal zusammen. Es ist so ein Mädchen. Und, was kann die? Keine Ahnung. Willst du die als Freundin haben? Nee, ich brauche ein Bärenmädchen. Dann die hier, die kann man noch heile kriegen. Hier, Lucky, die kann deine Freundin sein. Hey, das ist ein Hase. Na und? Ich will einen Bär als Freund haben. Na, du willst, du willst. Und ich will Experimente machen. Okay, wenn du mir eine Freundin machst, können wir Experimente machen. Abgemacht. So, die Schale. Freunde, ich weiß, einige von euch warten auf das Kristalle züchten Video. Wir werden es mit Lucky noch machen, sobald mehr Zeit da ist. Denn solche Kristalle müssen mehrere Tage lang wachsen. Deshalb etwas Geduld. Danke. Damit ich mir die Finger nicht verbrenne, werde ich Lucky mit dieser Zange hier festhalten. Oh oh, vielleicht lieber nicht, ah? Haha, es war Spaß. Dann komm, setz dich da mal rein. So. Und los geht's, Freunde. Und, alles klar? Du brauchst aber lange. Schaut mal, jetzt fängt an, sein Gesicht zu schmelzen. Also, Freunde von Lucky ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder neu machen. Und wenn euch Experimente gefallen, lasst uns 10.000 Likes sammeln, damit ein neues Video kommt. Und wenn ihr Facebook und Instagram habt, teilt das Video doch mit euren Freunden. Ben. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020